Das Hotel Belmonte liegt in Playa del Ingles in Gran Canaria. Das Hotel Belmonte ist beliebt unter den Gästen, 83% empfehlen das Hotel weiter. 24 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 24 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Service 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,9 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotels und vergeben. 4,9 Sonnen von 6 Sonnen Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport- und Unterhaltungsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,8 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.